Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei TTT auf Office Building. Wir spielen heute eine gemütliche Runde mit dem lieben Niklas, dem Karl, dem Mr. WandaTV, Exclusive, Alpha Kevin, dem Hans-Echse. Das ist nur noch mein Witz, muss man dazu sagen. Und natürlich, was? 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 Gesundheit. Ich bin nicht. Und noch irgendjemand, ich weiß nicht, wer den vergessen hat. Ich glaube... Ona. Ona, ja, richtig, Entschuldigung. Ja, du hast ihn jetzt richtig geohnt. Na, weißt du schon. Hast du eine Sword-Off? Hier oben liegt auch noch eine Sword-Off. Niklas, wieso redest du nicht? Nee, ich hab eine Pizza in der Hand. Was will ich? Du hast eine Pizza in der Hand? Dankeschönlich. Ja, wir fügen jetzt hier die Traitor-Pizza an, die explodierende Pizza. Ja, ich zeig dir gleich. Aber der ist nicht auf dem Sword-Off. Ah, Sword-Off. Aber jetzt ein Pfandkuchen, wir auch geil, ne? Ja, äh, ja. Äh, ja, stimmt. Aber mit Blaubeeren. Darf ich nicht mit Blaubeeren? Darf ich das nicht? Nein, ich mach mich nervös. Erdbeermarmelade. Ich will schießen, ich darf in die Luft schießen. Oh, ja, Erdbeermarmelade ist auch geil, aber Blaubeeren ist wirklich das Geilste. Wow. Ja. Aber auch nicht erwünscht. Niklas, Detektiv flippst du noch? Oh, na. Ey, ich weiß, dass du das warst. Warte, der Detektiv flippt nicht mehr. Wow. Ich hab dich gesehen, wie du die Scheiße geworfen hast. Ja, ich hab dich geschossen. Geil, mir geht nichts. Meinst du? Nee, aber denke ich. Ist der Detektiv, ist, äh, der ist tot, ist irgendwie doof. Niklas, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Kevin? Ja. Ah, perfekt. Bild euch mal, ihr seid die letzten, ihr seid die letzten beiden, also nebenbei. Echt? Ja, ich hab den Traitor gekillt. Zum, also zumindest bewegt er sich nicht mehr. Hallo? Ja, das heißt ja nix, ne? Ja, genau. Oh, das ist der Falsche. Nein, nein, nein! Doch. Kevin? Mhm? Lebst du noch? Mhm. Ja, ich denke mal. Niklas, lebst du noch? Oh, Kevin. Ja, sag mal. Was ist denn hier? Sag mal. Entschuldigung, ich korrigiere Alpha, Kevin. Das ist wichtig. Ja. Ach, den hab ich ja gerade. Ach, das kommt doch nicht so. Guten Tag. Wo hast du denn dein Geschäft? Ach, da. Geh weg. Ohhhh. Geh weg. Lol. Ach ja. Niklas, ich hab auf dich geschossen, weil da ist der DT neben dir gestorben. Und da hat niemand was gegen gesagt. Der DT ist einfach gestorben. Das hat keiner gecheckt. Hat mir nicht davon ausgegangen, dass wir beiden daneben Traitor sind. Na ja, ich hab ruhig, ich musste Karte verfolgen. Wenn ich Innocent bin und du auf mich schießt, dann schickt ich dich zurück. Ja, es ist ja der DT direkt neben euch gestorben. Ihr habt ja nicht gedacht, dass er in der Traitor-Falle gestorben ist. Alter, ist jemand wirklich durch die Ghast-Trader-Falle gestorben? Ja. Ich hab die Wendem angewählt. Wie? Man kann hier Leute vergasen. Man kann hier Leute vergasen. Ja. Leute. Das ging doch vorher schon. Das ging echt vorher schon, Niklas. Da hast du echt was verpasst. Aua. Also, wenn du das noch nicht wusstest, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, dann weiß ich auch nicht weiter. Niklas, du bist echt eine Enttäuschung für mich. Ja, ich hab den Ball. Tut mir leid. Geh weg. Wer geht's besser ohne mich? Tut mir leid. Geh weg. Tschüss. Du bist jetzt verstoßen. Ja, okay, gut. Tschüss. Das Ding fällt runter. Jo, ich fahr runter. Hallo. Hallo Niklas. Hallo. Aua. Entschuldigung. Oh. 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 mh evan oh er sagt nichts mehr ok spiel ich das spiel mit sagen jetzt alle nichts mehr ja ahhh was war das? ich glaub Axel versteht's wenn er mir zuschaut hat keeeven komm und hol den es ist traurig aus ich versteh nicht dass man so am schlechter visiert als so die wanda wo bist du denn? kevin 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 oh da war was komm wanda so langsam müssen wir es aber mal regeln hat jemand im fahrstuhl? ach hat kevin jemand wiederbelebt? wer hat wanda mit dem fahrstuhl? hallo karl hallo karl was machst du? hallo karl was machst du? sag mal warum kriegst du kein damage? hallo karl hallo karl seit wann ist du nicht one hit? womit? mit der golden eagle du hast mich nicht getroffen ich hab dich getroffen ich hab dich getroffen auf die distanz das war eine super trainer runde das war nice ich hab total scheiße gespielt weil ich direkt versucht hab ein headshot zu geben und und wie genau bin ich gestorben? keine ahnung ich weiß nicht ich hab dich nicht getötet ich auch nicht das witzige war ich bin in den Traitor rumgegangen und da hab ich ein Goom festgepackt das mal und er hat es nicht mitgenommen ne nicht wirklich gg ich war da so 20 Sekunden etwa hinter Goom und hab ihn in den hier neben drin festgepackt das ist ekel ich hab ne Diegel und ihr nicht doch wir kommen ich hol mir gleich ne Diegel von irgendjemandem wer es sein wird danke danke ich weiß ich bin toll hat jemand Niklas gesehen ich hab ne Diegel ne gibt's ja genügend Diegels ach ich will aber seine Diegel warte mal du hast dich jetzt aber drauf getan oder ja ey Niklas was ist das jetzt herzliche ich bin der allerfältste hier niemand ist schneller als ich ich hab jetzt mal irgendwie beide getötet der war Traitor und der war Inno oder die haben sich gegen warte mal call mal die ne also Niklas hat äh Kevin angeschossen ich hab Kevin getötet und danach Niklas drummer warte mal call einfach mal die äh drummer weg hier ich bin schneller als du ja der ist bei mir im Traitor raum hier ich hol mir den da nur weiter schneller als du bedeutet das nicht dass du eine Kugel sich oder besser an hast ich hab jetzt die hast du automatisch einer an ich hab jetzt die hast du automatisch einer an heißt ich bin fast im Woom gegen Traitorfall Mensch 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 wenn die schnell weglaufen habt ihr recht also ist der zweite Owner auf meiner Seite ich bin schnell Stiegel ja entweder du oder Owner einfach aufeinander schießen wenn Goom wirklich prove will Finger weg wo ich hab den Traitor gezogen Wo wo drummer ich bin schlecht wo ist der im auf ist da wie viel aus da drin ist er lebst noch ja ich lebe noch da ist er immer noch dran Alter wenn du da ranzoomst bist du da schlafen und ab geh einfach geh nicht dorthin wo die Traitorfall das ist die Explosive wenn ich dann bloß wüsste wo die ist aber der weiß ja eh nicht wie man da auslöst glaube ich ist er kein scheuerbar das war ein Hass oder das der der kommt aus der anderen Richtung das ist alles von mir komplett verpackt ist ich da kommst du willst du auch Feuer haben ich kann dich auch ran zünden ah jetzt endlich ist das Licht an komm wenn du keinen Schiss hast das ist das Gleiche das ist ein was er hier gemacht hat wie viel Schaden macht das scheiß Ding denn bitte nice ich hätte erwartet dass das weniger Schaden macht das ist ja total ok Karl du hast du ohne gewonnen ich bin doch gestorben aber das hat voll viel Schaden gemacht ich hätte erwartet dass es weniger hat der normale Feuerschaden nee das macht nicht den selben Schaden wie eine Brandgranate das macht mehr nee nee nicht wie eine Brandgranate sondern wie Feuer ja wie ein Molly nee Brandgranate seit wann war du weißt schon dass eine Brandgranate auch Feuer entstehen lässt ja ja du wirst ja ein normaler Feuerschaden wie bei einer Brandgranate ja ja aber was siehst du das ist quasi wie ein Molly mit kleiner Kleinradius ex ich bin echt stolz auf dich ich will bis weg hat er sagt was sind erklärt dass eine Brandgranate Feuer macht ich werde von heute erst wieder drauf auf die die heißt nicht so oder so ich kann auch wenn er war auf der Schaden das ist mal da hat es nie gesagt war es ist nicht normal nein ich würde mich auch noch einmal nein ja wow Explosionen und Feuer das ist ja so ein Schaden und Feuerschaden bekommst du dann hallo Karl Niklas hebst du noch hallo du ja ich ne irgendjemand wurde gerade geträgt was passiert hallo der ist wounded das ist ein Traitor wow der hatte die Teckel für die Kamera platziert weil er grad gewechselt wurde ja hat er ok gut hab ich gerade schon gut aber auf die Fäuste gewechselt wurde wann war hallo ja Niklas ist dann mal ein bisschen was man kann mehr als eine Kamera platzieren ja man kann mehr als eine Kamera platzieren oh Karl 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 das tötet Leute ja Karl Karl ist wie ein Bildschirm aber das ist keine Kamera wieso tust du das oooh Drummer wieso kommt es auf mich zu entweder die Teckel wollen und wolltest mich weg machen das hier ist eine Kamera hier oder ja aber nicht weg machen lass sie da wenn du die weg machst bist du Traitor ich kann ja auch so weg machen guckst du die sollst du da lassen die schon detect ihr bleibt jetzt beide in dem Raum ihr bleibt jetzt beide in dem Raum ok ohja warte mal geh da weg ich schmeiß da Feuer in damit du die nicht weg machst geh da weg geh da weg ich schmeiß Feuer rein aufwass nicht von der anderen Seite komm ein Goom weg da was ich hab die Traitor rein hier lass Wann war's Leiche du lässt jetzt Wann war's Leiche du lässt jetzt Wann war's Leiche sollst du den Detel callen hier drin ja Callen Detel gut nicht dass du Wann war wieder belebst wie du es mit mir eben machst ne ne da schläft so friedlich Niklas lebst du noch ja ich leb noch ey der Mati hat die Kamera mitgenommen das ist das ist der Detel gewesen das ist der scheißige Lachen ich bin im Boden ich bin im Boden ich bin im Boden ich bin im Boden ich lehne dich an oder warte mal Niklas von der hinten 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 vielleicht hat Niklas seinen Kollegen umgebracht und dann deswegen zu gelachen ja das kann ich mir jetzt vorspielen er hat seinen Kollegen umgebracht und dann deswegen zu gelachen vielen Dank äh hier vorne sobald Traitor ist bei mir im Löfungshof ja warte mal ich glaub nämlich jetzt ist Niklas und hat seinen Kollegen umgebracht und hat deswegen so gelackt die standen bestimmt direkt nebeneinander und der erste Niklas hat gesehen er ist Traitor hat geschossen und hat waren wir umgebracht hier oben scheint heil danke vergessen der der da hinten ist es auf jeden Fall ich schieße auch auf Niklas der ist doch eh wahrscheinlich ja die Teckel fliebst du noch? ja Aua Aua Tau wo bist du hin? ich hab mich verpisst wow ne ist das nicht angenehm what? ey bitte als Spectator nicht in die lebenden Spieler reingehen wenn der Spectator brennt wann war falls du das jetzt warst das Wack drum bis vorher hab ich gemerkt als Spectator könnte auch brennen Niklas heißt das du bist tot oder was? nein aber es hat mir Damage gemacht los Kevin töte Niklas ernichte deine Verwandtschaft alter was für eine komische Bunde also seid ihr euch jetzt auch einig dass es Niklas ist oder? nein weil wie gesagt entweder Gufum oder Niklas haben das Feuer geschmissen Drummer oder du kacke ich bin dumm das kam aus der anderen Seite hey es ist Niklas das ist Niklas es ist Niklas wir waren die ganze Zeit beieinander du hast gesehen ich hätte ihn nicht umbringen können und ich hab gesehen dass du es nicht gewöhnt sein konntest oh ne oh ne Niklas ja was denn ah what the fuck da ist doch nochmal Wasser was war denn das für ne buggyrunde hey ich wollte ich wollte kein Wasser mehr das ist ein Traum der ist normal nee die kannte ich gar nicht also weshalb ich am Anfang gelacht habe nee von dem wüsste ich nix bei diesem 3 2 1 countdown hab ich gesagt wann war ist es und wir haben genau bei null uns gegenseitig mit den Waffen voll eine ins Gesicht gebracht das habe ich mir schon gedacht bis wann man tot war und wir waren beide Traitor weißt du ich weiß nicht was du gesagt hast irgendwas was du gesagt hast hat mich dazu gebracht zu denken Alter das hat so eine merkwürdige Runde gerade irgendwas was du gesagt hast äh Niklas hat mich dazu gebracht zu denken dass du ihn umgebracht hast irgendwie so kein Problem ich hab gedacht ich kaufe mir so einen Halt dran aber es war es damit ab also noch mal so richtigen Rotterdam oh man ja das war so eine gute Frage ich hab gedacht so wär das ja es ist ja 5 Wochen Entschuldigung Texte lesen Menschen machen Fehler ist besonders viele Menschen machen Fehler du besonders Fehler ja ja Erkenntnis ist der erste Exerbesserung ja Erkenntnis ist der erste Exerbesserung mit Alpen ziehen Doktor Kling ey mich hat jetzt mal angeschrieben äh zweite Halbzeit beginnen ne wir steuern oh it's weird wir fänden ja gerade mit dem Aufzug fänden ja gerade mit dem Aufzug Hallo LOL irgendjemand ist ja gerade gestorben ich hab aber nicht gehört wo ich weiß auch nicht wie ich hab nicht mal einen Schuss gehört aber jemand ist gestorben definitiv ich hab ja auch mein Bayern Trikot gerade an damit das wisst und in die Kommentare schreien der Bayern Trikot Trikot auf Cyborg auf Cyborg hey hey guten Tag hey hat gerade irgendjemand was kaputt gemacht ja das war ich wahrscheinlich es leben nur es leben nur noch 4 Leute einer ist tot ok ich hab eigentlich eine Glasscheibe kaputt gemacht obwohl ich keine Glasscheibe warte mal 4 Leute einer ist tot aber wir sind zu 6 hm 20 tot ein Fehler im Mysterium also der eine Innocent darf alle schließen NEIN es kann LOL da ist gar niemand gestorben Goom ist gerade gestorben ne Goom war schon vorher tot ok der andere Innocent von euch darf den anderen einfach umgehen wie gesagt es kann auch selbst ein Trader gestorben ist das musst du auch bedenken es ist ja keiner confirmed ok du bist ja wiss oder aber also ich schieße auf den Drama wenn ich den sehe ich schieße definitiv auf den Drama wenn ich den sehe oder aber wir töten einfach beide den Däte dann haben wir einfach die Ruhe außer auf den Däte natürlich ja aber wir können auch natürlich auf den Däte schießen dann haben wir uns zur Ruhe ich glaube ich jedenfalls hä was macht eigentlich die Plasmagranate die klebt dann Leute und macht Boom die macht Boom ja die macht Boom oh man jetzt hab ich keinen Kill gemacht aber warte mal das war nice die springen da so runter sie seit erst dahin gleich ja warum hast du das überlebt dich nicht ja weil ich ne Trader voll aktiviert hab womit ich einen Charter kriege ne damit er nicht stirbt er muss die Trader aktivieren damit er nicht stirbt ja ganz einfach wo ich reinkomme ist doch kein Ding ja ist kein Ding also würd ich mach ich dann extra mein ähm der euch mal das dann auch macht hm ist ja kein Ding du kannst einfach innen in ne Aufnahme reinkommen ja hab ich auch vor es stört keinen doch nicht wen darf ich denn nicht mehr äh ja schon mir so geil ist so egal ob du das stört jetzt ne m Wann war kann ich auch einfach kicken er kann nicht fannen ich weiß ist ne normale Shotgun oder die Double Barrel besser äh Double Barrel aber du brauchst länger zum Nachladen also ja und der Schuss muss sitzen wenn du triffst ist die Double Barrel besser wenn du nicht triffst ist die normale Shotgun besser ich hab Aim im Gegensatz zu dir zu treff ich das war ne Ansage das behaupten viele das behaupten viele die sind daneben also ich hab auch das behaupten viele aber das behaupten viele das behaupten viele scheiße und ich behaupte dass ich kein Aim hab jedenfalls weiß ich sag dass ich kein Aim hab ja da gibts offen zu ich sag dass ich äh genau so viel Aim hab wie Wann war Niklas ist Detective ach du scheiße wenn jemand das anzweifelt danke dass mir die Tür vor den A ach so fällt mir nix mehr ein dieser dieser manhacks owner wahrscheinlich weg da Goom die Goom das Ding ist hinter dir grad zugegangen da wollte ich immer mehr in den Traderfalle killen echt? aber da war doch Klaas aber da war doch Klaas du warst da drinnen festgebackt grad manhacks gibts also ich denke manhacks ich wurde angegriffen manhacks manhacks ey ich wurde angeschossen von irgendwem von euch ich wurde angegriffen von dem manhacks wann war's das Passwort ich bin im Fahrstuhl äh das Passwort ist 124 also ich denk ich du willst Proven weil der wär beinahe getötet worden von dem manhacks manhacks nicht owner von außer owner ist nicht mal hier und er war auf dem manhacks mach kaputt Karl wobei ähm kommt drauf an wo die gespawnt wurden ne bin es nicht Aua das ist denn jetzt schon wieder explodiert Leute oh der Fahrstuhl hier ist nicht so verpackt wie der andere äh die manhacks ist auf mich gegangen ich fühl ich hab auch aufgegeben okay das ist explodiert rundengriff angriff au 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 was passiert hier was okla die einzige die ich mir jetzt diese Kollektion nicht grad gesehen hab ich wusste doch ich runde gelernt hat genau zu spielen mal klar traiter kevin 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 hashtag alpha kevin me f ch wooo اس tage mi ist mit ich kann es zu auf das I... Ich hab's doch schon gesagt, Mannhacks, das ist 100%ig Owner. Wurdest geowned? Ah, die haben dich angegriffen, die waren alle grad bei uns und du warst nicht in der Nähe. Ich weiß nicht, dass sie dich angegriffen haben. Wanda, kannst du dieses Geräusch bitte permanent machen? Ja, wow. Ja, ich glaube auch. Geh das als Sauerschleifer, bitte. Ernsthaft? Ja, ich dachte, einer ist mir irgendwie da näher drauf. Ja, wann war denken? Das ist nochmal mein Job. Wann war, kannst du so ne Sprachaktivierung machen, immer wenn Ex redet, dieses Geräusch, der dann... Dann muss ich das auch bei dir einschalten. Ja, kannst du gerne mal was tun? Ja, bei dir auch. Bei mir vor allem bei den Witzen. Da reden alle durcheinander. Bei dir musst du so ne Hundewinseln machen, so. Nee, bei ihm. Bei ihm. Hey, kennt ihr das ist zensieren? Piepen? Das brauchen wir. Das ist durchgehende Dauertun. Hey, wer ist reingekommen? Snay? Ein Snay? Ein Snay? Ein Snay? Was ist das? Es ist ein Snay? Dann will ich das Fell davon haben. Ich kann einfach was kaufen. Ich liebe es schnell zu laufen. Das ist freut. Äh... Irgendwas hat's vibriert. Irgendwas hat vibriert? Au. Ich bin jetzt mit Kontrolllader. Ich wurde von der Molotov getroffen. Ich wurde von der Molotov getroffen. Jawoll, die beste Waffe. Leute, nehmt Echse noch? Leute, nehmt Echse noch? Oder war das Traitor? Echse? Jetzt könnte auch beides gleichzeitig... Nee, kann nicht. Ich glaube, Echse ist tot. Echse? Ich glaube, der ist echt tot. Ja, ich glaube, der ist tot. Knallt doch einfach über den Haufen. Ey, da hätte ich bei einem Detektiv jetzt nicht so viele Gründe für. Ach du Scheiße. Ich dachte, das wäre eine Falle, aber das war nur ein Geräusch aufs Interesse. Okay, Groom ist tot. Alter, irgend so ein Rauchmelder ist hier wieder seit... Waaah! Fünf Minuten an und jetzt verstehe ich auch warum. Wer hat denn jetzt den Molotov getroffen? Okay, Ona ist innocent. Alter, also bist du der Echte? Oder... Warte, 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 warte. Da war... Ey, du standst die ganze Zeit... Obwohl, du könntest nur Traitor sein. Du standst die ganze Zeit auf einer Traitorfalle, aber... Wenn du... Warte mal. Es kann auch sein, dass du Traitor bist, weil du hattest... Ich bin Traitor, wieso stellst du dir dann direkt auf einer Traitorfalle drauf? Da ist die Traitorfalle. Du standst grad die ganze Zeit 20 Sekunden auf einer Traitorfalle drauf. Wo ist die Traitorfalle? Sag ich dir doch nicht, damit du die auslösen kannst. Hier ist die Traitorfalle, hier. Da standst du grad die ganze Zeit. Äh, eins, zwei, vier. Was? Snell. Ich hab nicht im Test geguckt, aber ich kann es mir denken. Das ist schon vier Stunden, ja. Das ist sicher als Passwort. Das ist so sicher, das muss ich in der Aufnahme erwähnen. Wer schießt gerade? Ja, ich hab ja nicht gesagt, Traitor. Call mal, niggas, wieso bist du wounded? Ja, weil ich von der Molly getroffen wurde. Ich auch. Call mich mal zu um, irgendwer. Was zu Goom war da hier? Wer Goom gefunden hat, zu Gooms Leiche. Ach, der ist da oben. Wo ist die? Ah, gut. Ich hab ihn übrigens auch gefunden. Den Konzern. Ah, fuck. Oh, den Ars haben wir found. Weißt du, ich dachte, dass er erst so auf dem... Ein, zwei, vier, vier, ne? Drummer, Drummer, Drummer! Ich hab nicht geguckt! Wer ist irgendeiner? Da war Drummer! Äh? Nein, die Farn war oder Drummer? Ich war's nicht. Ja, jetzt schießt wieder jemand mit Feuer. Drummer ist es, definitiv. Ich bin's nicht, verdammt nochmal. Er ist tot. Ich glaub, er war's nicht, okay. Fuck, das war der andere neben mir. Ich soll einfach nicht nachdenken. Ja, ohne AC. Au! Au! Warte, was? Als ob? Niklas, lebst du noch? Alter... Ja, ähm, ja. Ona und... Oh, man... Uh, ja, ich würd sagen, Ona und Niklas und Niklas haben sich selbst gekillt. Wann geht der scheiß Feuer, weil er anders weg? Häh? Vor allem die Art, wie? Hä, Alter, Alter, Alter! Kann mir irgendjemand erzählen, ein Eingeweihter, was passiert ist? Ich weiß eh, dass du den Traitor-Faller war aktiv, du Depp. Ich hab die Traitor-Faller entaktiviert und irgendwer hat da hinten dann Disco geworfen und die Disco dich da runtergelebt. Ah, einer der schönsten Kills überhaupt. Ah, wieso hab ich das nicht gesehen? Ja, nicht alles Schöne kann in deiner Aufnahme sein. Die Welt dreht sich ja ohne dich weiter. Ja, zum Glück. Ich finde dich. Ja, du mit dem Scheiß, wo gegen die warst. Ich finde dich. Warte mal, ist das nicht nur... Echt du? Was? Hallo! da will die Leine schenken ja die ist doch so spiel übrigens Lewandowski hat gerade das 2 zu 0 gemacht wer hat das 1 zu 0 gemacht? 2 zu 0 Lewandowski und du hast auch 2 zu 0 getippt ja wo bist du denn? keine Ahnung hinter dir wann war wieviel Minuten ist die Spielzeit? ich geh nicht runter also wenn du da drin bist dann hoffen wir mal dass was kriegst du wenn du YES also fürs richtige ergebnis glaube ich 20 Euro alles kann nö und wieviel hast du bezahlt? 2 Euro es tut mir leid du bist wegen dir gestorben war mir schon fast klar vielen Dank bei dir also ich will das nur mal sagen für dich ist alles schwer ja doof deswegen hab ich schon mal eben die Headshot durchs Feuer gegeben ich glaub das war ein Headshot ähm was du glaubst nicht nein war es nicht ich hatte nur noch 30 AP dann kanns auch einfach nur so ein Headshot für die 2 mal und das war ein Bully Shoot wir ballen einer rum wir ballen einer rum na nächste Runde klatsche ich dich dafür ok äh willst du klatschen? warte warte bist du drauf sein? oiing oooh denn ich will jetzt irgendjemanden umklatschen wann warte ich auch ihr habt doch das klatschen gerade gehört dann müsst ihr sich dann noch umklatschen ich wollte gerade fragen ONA hast du dich gerade umgebrotcht raus hier Niklas Wann war? was machst du da drin? ich ich hab hier geguckt ob hier auch noch irgendwelche Ausgänge sind aber hier ist echt Sackgasse nein du wolltest hier runter in den Aufzug echt? oooh Ja, trinke ich, trinke ich, trinke ich. Och Niklas, das könnte dir heute Wasser bewusst sein. Alter, ich weiß es, wenn ich Standbild habe, ne? Ich weiß ja nicht, aber... Um, Dete, kannst du mal mit... Wann war? Ja. Du hast geschoppt. Ich hab... Wieso hab ich geschoppt? Ich bin hier um die Ecke gelaufen. Du bist rückwärts. Nee. Niklas. Ja, ja, das ist Skill, siehste. Kann nicht. Wer ist denn Dete? Ist jemand in der Nähe gewesen? Äh, warte, wie löst das so? Äh, Niklas habe ich glaube, der ist ertrunken. Wer ist denn Dete schneller? Ich hab den Dete schon geholt. Wo ist denn bitte ertrunken? Der ist ja dabei im Wasser. Hier, da. Der bringt mich jetzt nicht um, weil ich hab ein Standbild. Ich hab ein Krell bekommen. Wollt ihr nicht alle durcheinander reden? Uh, doch. Darf ich wandern hören? Warum? Ich hab... Es gibt keinen Grund. Der ist rückwärts auf mich zugekommen, der hat einen Snay getanzt. Ich hab keinen Snay getanzt, ich bin einfach nur so draußen. Ja klar, du bist rückwärts auf mich draußen. Oh, ne Niklas ist wirklich noch nicht ertrunken. Bis das Feuer weg ist, bleibst du draußen. Wann war ich denn? Wann war ich denn? Wann war ich denn? Wann war ich hundertprozentlich. Warum? Okay, oh, da ist schon mal Inno, weil der die Credits hat. Oh nein. Jürgen ist total. Jürgen ist total. Ich habe keinen Snay getanzt. Ich habe keinen Snay getanzt. Ich habe keinen Snay getanzt. Wer hat ihn umgebracht eigentlich? Da hast du noch rund Snay getan. Nein, ich bin nur um die Ecke gelaufen. Wer hat mich gekillt? Ich hab ne Insti geworfen. Guck mal eine Folge, favorisierte Teilsiegfilme. Wer hat's um die Ecke gelaufen, da war keine Sau. Ja, das könnte daran liegen, weil ich meinen Weg beobachten will, wer hinter mir ist. Wow. Da stehst du? Das ist ja, das finde ich auch, dass ich dann Lob zu kriegen sollte. Das ist Puffelstin, das kann sonst nur Snay. Ich lauf doch nicht einmal um die Ecke und kaufe dabei ein. Das wäre, wie wenn ich einen Ball um die Ecke rollen lasse und der umfällt. Also ganz ehrlich, er kommt einfach nicht zu Wort. Irgendwie bringe ich die alle um, bei mir ohne Witz, ne? Töte ich die alle. Schon wieder? Hier sind bei mir nur vier Leute auf dem Server. Weil du Exel bist. Weil du Traitor bist. Ja, all ich ich bin. Ne, es war noch im Preparing jetzt gerade. Jetzt sind wieder alle drauf. Du kommst hier nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, verdammt. Ja, mal aufpassen, dass der Traitor falle. Nicht, dass er jetzt immer ein Traitor rein ist. Hier, dort an der Stelle, dort Snay. Gucken wir jetzt zum Fernseher. Hey, der ist immer drin, unten. Hallo? Karl! Karl! Ja, Snay ist ja auch. Du, wie ist es? Karl! Waren ihr nicht hier? Ja, aber mir hat's geleckt und ich habe nicht gesehen, ob du auf mich geschossen hast. Oh, ok. Er hat mich auf einer geschossen. Ja, ja, ich bin ja jetzt wieder am Tanzen. Ja, mich hat die Sonne geblendet. Und... Ja, ja, das kannst du gerne machen. Willst du das? Du meinst gehen wir verpackt, gell? Ja, richtig. Und... Hey, Ona ist da vorhin in die Decke gesprungen. Baum. Ähm... Naja, gut. Ne Echse! Huch! Geht ab! Guck mal, was hier im Grunde ist. Und Karl haben gerade über dich geredet. Ach du Scheiße! Hallo? Echse, geh weg! Ja gut, ich geh wieder. Ey! Schieß dich auf mich! Echse, geh hier weg! 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 Ja, ich bin nur weggegangen. Ich bin nur in Schacht rein. Hallo? Wenn ich sterbe, ist das auch noch. Wann kommen nicht auf blöde Gedanken da drüber? Ach, bist du jetzt da reingegangen? Darf ich die Mutter hier nicht aufzunehmen? Bis jetzt zu denen? Ach, okay. Okay, mach das. Ey, ist hier jetzt noch ne Abzweckung? Komm, schau. Welche Etage möchten Sie? Äh, die nächste. Die hat Möbel RST. In die nächste. Rüber. Okay, gut. Ja, das ist richtig. Hier ist eine Zwischenetage. Ah, ne, da will ich nicht. Aber Drower, bist du jetzt zu ihm in den Schacht gegangen? Zeig doch viel Spaß. Ja, ist ja egal. Ich hab Black Screen. Das ist hoffentlich kein Killgrund. Außer ich bin schon sowieso tot. Alter, ich wurde gerade als T gekillt, als ich die Standbilder übergelegt. Ey gut, also bild ihn jetzt nicht wegen Black Screen und so weiter rumsteht. Kann er ja nix für. Der DT darf das entscheiden. Der DT darf das entscheiden. Das ist ein Random Kill, das wisst ihr schon. Wenn ihr wirklich einen Black Screen habt, shoppen ist erstmal kein Grund. Wer hat mich ja... Und wenn ihr einen Disconnect habt, dann kriegt er einen Disconnect. Ich. Ey, wer ist der? Ach, das seid ihr wieder. Doppel O. M. Ja. Ey, was? Was sagst du? Was macht ihr überhaupt da hinten? Lol. Oh, Niklas ist raus. Wir haben ein Techtel-Mächtel. Die sind da hinten drin. Ein Techtel-Mächtel. Guck mal, so Techtel-Mächtel. Ohhhh. Alter, was macht ihr? Glaubst du, wenn ich einmal random rein schieße? Wollen wir da müssen alle reingehen? Macht ihr Gangbang im Luftschacht, Alter? Ich... Ich komm jetzt auch rum. Ich komm jetzt rum. Äh... Oona, warum schießt du? Oona? Oona? Geh weg. Exel, geh weg. Ich schieße auf. Ey komm, wir sind jetzt... Exel, geh weg. Ja gut. Ach du Scheiße. 1, 2, 4. Lol. Exel hat geschossen. Exel hat geschossen. Nächste. Nächste, dort sterben alle. Ah, was. Niklas. Er ist noch fein. Oh no. Fuck. Lol. Was? Wie ist Niklas? Oh Mann, Niklas hat den Time Out. Döde, da steht. Sterben alle. Niklas hat den Time Out. Ey. Ey, Gloom. Gloom, Gloom, komm her. Oh, das war so blöder. Ne, ne. Ich hab die ganze Zeit Diege-Headshots gegeben durch den Kack-Schacht, aber der Schacht ist wie Türrahmen. Ah, die Bugs haben wir vergessen, Gloom. Aber ich glaub, Gloom hat mir auch die ganze Zeit Headshots gegeben. Was? Die Bugs haben wir vergessen. Was? Was ist das Gesundheit, was? Wer ist Bugs Bunny? Boah, die war die schlecht. Und einmal Server-Legg und so weiter. Ah, ja. Ja, okay, du hast recht. So geil. Äh, Oona, richtig jung. Hint ihr mit einer F-Ice-Kanach geknallt. Ja, ich, ich wollt mich eigentlich umdrehen und Gloom direkt auch in die Headshot geben, aber da hat es dann halt wegen dem scheiß Schacht. Ja, irgendwie hab ich in demselben Moment gegen den Lüftungsschacht geschossen, also gegen die Decke, in dem du geschossen hast. Und erst dachte ich so, hab ich ihn jetzt gekillt? Hä? Das blöde ist halt, dass der Schacht den Fakt hat. Das ist wie ein Türrahmen, wie wenn du im Türrahmen stehst, dann kannst du auch keinen Schaden kriegen. Ich glaub, du standest im Rahmen des Schachts, deswegen. Ja. Deswegen. Das war natürlich so. Nee, nee. Ach, ist dir egal, du hast vor. Oh, nein, 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 nein. Hast du auch keinen Schaden? Guck mal, Werbung. 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 Meine Werbung ist besser. Nee, gib mir Kopf des Kaiser. Äh, ja, warte. 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 Ich bin euer drittes Teammitglied. Hier darfst du das. Nicht wie beim Reaper wurde es nicht. Hier darfst du das. Darfst du das. Darfst du die schlagen? Nee. Doch. Nee. Aber hier, also die Exe darf man immer schlagen. Nicht ne Schock gar noch. Top des Kaiser. Das ist ernst, mein Stray. Ernsthaft. Ich bitte dich da und ich arbeite als Intim-Kollege. Also moralisch ist das natürlich. Wenn du das Geist an deiner Hand sehen, dann erschließt das eine Sache. So, dann schieb ich dich abwechselt. Eigentlich ist das nicht. Wenn er das Geist an deiner Hand hat, dann gib dich auf die Scheiße. Was hast du jetzt an deiner Hand? Ich hab ne Diege. Boom, was sagst du eigentlich dazu, dass jetzt der Rauchmelder schon wer seit knapp 15 Minuten an ist? Äh. 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 Das hast du, das hast du geworfen. Äh. 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 In diesem Halbstockwerk. Also da, wo man nur per Leiter dahinten kann. Ah, ja. Gut, ja. You know what I mean. Ich bin da gesporn. Das ist unfair. You know what I did there? Warte mal, ich... Ich denke auch, er hat das Licht ausgemacht. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist, aber er hat schon hier mal Licht ausgemacht und... hm... Ja ich bin grad dieses zuckre halt. S-Nay bitte, bitte unterstütz mich hier. Let's see what did it there. der ist ein Trader Kollege, ich nur unterstütz mich. Hi Exe! Wuh! Warte! Es ist etwas dunkel. Ey, da ist Feuer. Warte! Ey! Blume ist es! Blume ist es! Wut? Okay es ist... Blume ist es für... Also wir haben da mal gesehen im Fahrsteller schauspieler, dass es nie macht's Spaß gemacht. Also was... Es ist Blume? Ist Blume nicht so ein Effekt? Ja Blume. Stimmt. Ich tu mich da nicht irgendwie nicht anstrengen. Hier ist Feuer, aber... Was? Warte mal, warte mal. Boom ist auch so eine Partei bei Watch Dogs. Das stimmt. Woher nicht? Ich hab's nur entschuldigt getötet. Ey! Hexe, tut mir leid. Oh, da ist einer. Nicht immer noch. Wie lange brennt die Scheiße eigentlich? Fass du das ernsthaft? Wer lebt überhaupt noch? Ich hab Angst. Ey! Hier liegt ein Mellenlauncher. Oh, der ist leer. Nein! Hast du dich umgebracht? Alter, wie viel denn hier brennt? Das ist ja nicht mehr normal. Detektor? Wo sind sie? Hier. Er hat sich echt umgebracht. Das ist ja der Hammer! Geht doch. Nein, das ist cool. Ist der Kuh leer? Also, Goob ist das. Detektor ist Goob. Ja, das ist... Weiß ich. Warum? Ja, weil... Oh, nein! Nein! Alter! Jetzt wird's Risiko, jetzt wird's Risiko. Hey! 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 Ich werd die Waffe haben! Ne, Güte, warum hat die... Goob! Yes! Vanva! Ich hatte die schlechtere Waffe! Die deutlich schlechtere! Wie, ist Vanva schon tot? Ne, ne. Kannst du mich wieder wieder nehmen? Oh, hör doch mal auf an dir selber rumzuspielen. Oh, Mensch. Ähm... Hallo! Oh, na, sag ihm nicht die Position der Leiche, das ist verboten. Hast du's verboten? Nein! Boah! Ist wirklich verboten. Oh, guck mal, hier ist Blut. Menstruation! Jetzt hat Müller noch ein Tor gemacht. Oh, jetzt ist die Wette weg. Noch ein Tor. 20 Euro. Snay? Hm? Jetzt krieg ich noch auch knapp 6 Euro für die richtige Tentenz. Hey! Snay will ins Wasser fahren. Im Fahrstuhl. Was? Lass ihn doch. Das wird er schwimmen gehen. Ne. Bisschen schwimmen. Hallo! Oh, Vanva! Oh, Vanva! Ja, boah. Tollen Goom, aber... Vanva! Ja, das Vanva jetzt gesprungen hat, hat Snay nicht mitbekommen, dass Vanva tot ist, glaub ich. Ah, das Geistern ist wirklich. Was ist das jetzt zur Runde? Oder es gibt noch eine Runde? Äh... Ähm... Wir sind schon lange drüber, oder? Bisschen, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Wie viel sind wir drüber? Naja, so 20 Minuten. Ja, dann machen wir einfach zwei Folgen draus. Komm, das ist egal. Dann schau mal. Nö! Ich hab' ich nicht drauf geachtet. Machen wir noch mit. Machen wir einfach zwei Folgen draus. Komm, dann ist das jetzt die letzte Runde. Eine Runde geht noch, eine geht noch. 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 Eine geht noch rein. Eine geht noch rein. Okay. Aber jetzt hat's wirklich auch mal nicht auf die Zeit geachtet. Nee, gar nicht. Nee, das ist anlegen. Hm, 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 hm. Warte, wo bist du? Hm, 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 hm. Ich hätte nicht davor erschießen können. Da schießt jemand mit einer Schamke. Da schießt jemand mit einer Schamke. Oh, aufpassen, ihr ist ein Traitorfall. Die ist da hinten, wenn du da hinten kurz bevor du holen gehst. Die sind zwei Felder. Die ist da hinten, wenn du da hinten kurz bevor du holen gehst. Da bist du vergast. Ich würde da mal rausgehen. Worauf ziehst du? Au. Äh, hör auf. Niklas, geh da mal bitte schwer raus. Hey, weg da, John. Da ist eine Traitorfalle. Ja, ich bin ganz sparsch in deinem Leben. Ja, ich bin ganz sparsch in deinem Leben. Weißt du? Äh, was machst du gerade? Wo ist die? Ich hätte dich schon längst umgebracht in der Traitorfalle. Das ist Niklas. Trotzdem glaube ich. Geh weg, waren wir. Niklas, da ist eine Leiche. Ja, das ist Niklas. Der ist mal wieder auf... Ich weiß nicht, THC. Ja, call doch den Dator. Irgendwas. Weißt du das Shirt? Call den Dator. Call doch den Dator. Call den Dator. Hast du gerade eine Täterbeschreibung gemacht? Wie er aussieht? Ja. Ja, grünes Shirt, braune Hose. Oh, da brennt's. Ist höchstwahrscheinlich bewaffnet. Ja, was macht das? Echt? Das macht das selbe. Nein, denke ich. Denk ich. Bewaffnet. Ich denke ich. Excel. Wir sehen aus wie der Täterbeschreibung aus. Wir sehen aus wie der Täterbeschreibung. Warte mal, Cyber shopst du? Okay, meine Täterbeschreibung ist ganz einfach, der Traitor ist ein Fass. Au! Was hat... Der Traitor ist ein Fass. Komm, speichern wir ihn vom Skyler Nestle. Ah ne, okay, okay, okay. Rechts, drop mit Q, Q. Hast du? Ich weiß nicht. Komm, drop. Alter, warum hab ich schon wieder ne Standbild? Der ist es. Der will mir den nicht geben. Der ist Traitor. Der ist es. Der Lokal ist es. Okay, Niklas. Alle gerade gestorben. Einer von denen war Zerker. Ich kille einfach beide. Praktisch, oder? Ja. Ja. Kannst du dich auch an? Dezent uns. Der hat sich nicht verteidigen kann. Also ich hab doch tausend Punkte. Das heißt, ich hab nur den richtigen eigentlich gekillt, oder? Ich weiß nicht, ob einer tot ist, weil es liegt hier nur eine Leiche. Der ist entkommen. Okay, gut. Ja. Na gut. Wo liegt eigentlich Cyberbot? Der ist tot. Ja, den will ich aber gehen sehen, damit ich Punkte bekomme vielleicht. Warum redest du noch? Weil ich die Standbild habe und bei mir noch lebe, du Spacken? Oh, Spacken. Versteht ihr? Blackscreen, Leute werden die ein Standbild haben. Instant. Ja, Blackscreen ist was anderes als Standbild. Bei Blackscreen sieht man gar nicht was. Bei Standbild kannst du ja theoretisch... Und bei Standbild siehst du was. Dann weißt du aber noch, was das letzte war und kannst weggehen. Mach dich nicht unbeliebt. Ähm... Ich glaub dafür ist jetzt gerade schon zufrieden, oder nicht? Bist du uns einfach so zufrieden, oder nicht? Bist du uns einfach so zufrieden, oder nicht? Total nicht! Total nicht! Cyberbot lebt noch! Er wurde wiederbelebt! Ah, ungeil. Das war's. Ähm... Gott, dann gehe ich da nicht lang. Und dann... Oh! Oh! Ja, hör aufzustellen! Oh yeah! Ah! Ich find' annerven hier, Alter! Oh! 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 Hallo! 2! 2! Ja, ey, drum hör... Das geht! Das geht! Das geht's aber nicht! Zane hat eine graue Pistole in der Hand, und deswegen... Kein Respekt vor der Star! Ich wollte, dass der ihn mir hinwirfte, hat er nicht geworfen, weil sie hab' ich ihn erschossen, für sich zu erschießen. Wenn du zu mir kommst, ich hab den Prop Disguise. Osney, warum wirfst du den denn nicht hin? College. Nein, Arena ist neu. Arena. Artisch. Mann, ich hab um die neuen Bands bei euch doch nicht, Mann. Die ist klein, aber lustig. Und in die nächste Folge auch. Also bis dahin. Na gut, ich würde sagen, tschau. Tschööö.